Hallo. 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 Ich muss das mal so geguckt haben. Ja, weiß ich nicht mehr. Willst du uns da zustellen? Ja. Ja. Hey! Kann sich immer ins Wasser noch schmeißen. Hallo. Guck mal, dann kriegst du eins von den kleinen. Der Hund, der Ende des Horns ist nicht her. Aber der Hund, der Ende des Horns ist mehr her. Oh, okay. Der Hund ist immer größer. Sie defend sich durch die Kicken. Sie kicken mit den beiden Legen, den Front und den Back Legen. Sie können sich nachher nach vorne und mit den beiden Seiten kicken. Es ist gefährlich. Sie können die Lihon mit den Kicken killen. Aber die Lihon sind sehr clever. Wenn sie die Giraffe attacken, sie nur die Giraffe schießen. Sie können durch die Pirode, wie das. Oh, okay. Die Horns sind sehr schlappend. Sie können sie schlappen, wenn sie runterkommen. Oder sie können die Giraffe durch die kleine Mountain. Eine kleine Helle. Sie werden nicht sehr schnell runterkommen. Wenn sie an der Geisbirte, sie nur die Babine 2 Meter langen. Sie sind nicht knallen. Nein? Nein. Oh, da geht es. Ja. 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 Jetzt kommen wir her. Ich möchte hier so gerne trinken gehen. Das freut sie nicht. Jetzt war noch ein bisschen so in die Kamera. Ich denke, ich kann ein bisschen weitergehen. Ich möchte hier so gerne trinken gehen. Ich möchte hier so gerne trinken gehen. Ich möchte hier so gerne trinken gehen. Ich möchte hier so gerne trinken gehen.